Wenn Sie die kühleren Temperaturen heute genossen haben, dann gibt es jetzt eine eher schlechte Nachricht. Ab morgen geht es wieder kräftig nach oben. Der Samstag hat etwas Abkühlung gebracht, aber bereits morgen ist es damit wieder vorbei. Am Sonntag steigen die Werte bei blauem Himmel pur bereits wieder auf rund 25 Grad. Und auch in der beginnenden Woche hält die Rückkehr zu teils hochsommerlichen Temperaturen mit purer Sonne an. Am Montag klettert das Thermometer auf 29, am Dienstag auf 32 und am Mittwoch auf 30 Grad.